Hallo, ich dachte wir machen mal was anderes und sitzen jetzt in unserer Küche, denn wir haben auch einen neuen Tisch und neue Stühle und da der jetzt auch ein bisschen größer ist, dachte ich, trifft sich das ganz gut. Es könnte sein, dass es leicht heilt hier in dem Raum, weil eben hohe Decken, nichts groß an den Wänden. Ja, müsst ihr mir dann mal sagen, wie ihr das findet. Ich habe kein externes Mikrofon, deswegen hoffe ich, dass ich laut genug spreche, dass man mich hören kann und dass ich nicht allzu weit wechsle. Also ich sitze ja jetzt schon mal wesentlich weiter weg als sonst. Und ich habe einen DM-Haul für euch und einen IKEA-Haul, dazu gehört der Tisch und die Stühle. Da wird es ein extra Video geben, das verlinke ich euch gerne in die Infocard. Und jetzt habe ich einen ganz schlichten und einfachen DM-Haul für euch. Als erstes habe ich mitgenommen Klopapier. Ja, braucht man regelmäßig. Ich habe jetzt wieder hier von DM sanft und sicher das recycelte Klopapier mitgenommen, wo dreilagiges Papier etwa so dick ist wie ein halblagiges bei normalen. Ich glaube, das kostet irgendwie 1,95€ oder sowas. Ja, 1,95€. Dann habe ich in dem gleichen Fall zwei Päckchen Kaffee mitgenommen. Da möchte ich den Kaffee-Creme machen. So schaut er aus. Und dann sind 18 Pads drin pro Packung. Ich trinke ihn ganz gerne. Er ist nicht zu kräftig. Er ist aber auch nicht so, dass ich sagen würde, dass man nichts davon merkt, wenn man noch ein bisschen Milch reinpackt. Und ja, den holen wir eigentlich regelmäßig wieder. Und den nimmt auch Mari gerne mit auf die Arbeit. Dann habe ich noch eine Packung auch von soft und sicher recycelte Taschentücher mitgenommen. Das ist wirklich so mein Allrounder. Wir haben sowas, so ein Päckchen im Wohnzimmer stehen und ich habe eins am Bett stehen, weil Allergiker. Meine Nase läuft immer. Und ja, ich fülle die normalerweise gerne, also gerade im Wohnzimmer um, in einen anderen Karton bzw. in so einen Plastikteil von Chivo. Und ja, den nutze ich für alles mögliche. Also nicht nur für Nase putzen, sondern auch mal, um irgendwas wegzuwischen oder drunter zu legen oder sich den Mund abzuwischen. Das ist eigentlich relativ günstig mit 95 Cent für, ich glaube, 100 Blatt. Dann habe ich meine Jacke hier drin gehabt. Und dann, ich habe mir das gerade im Mund gefördert, habe ich noch mitgenommen von Denkmit. Diese Spültabs, also ich bin schon arg weit weg, also ich hoffe, ihr erkennt noch irgendwas. Kommt natürlich drauf an, ob ihr auf dem Handy guckt oder auf dem Rechner, je nachdem. Und das ist jetzt die zweite Packung, die ich geholt habe. Die erste ist fast leer. Ich finde die wirklich nicht schlecht. Ich benutze trotzdem noch zusätzlich, weil wir das noch übrig haben, Salz für die Maschine. Und das werde ich auch weiterhin machen, weil wir hier sehr kalkhaltiges Wasser haben. Das ist, denke ich, immer eine gute Sache. Und einen Klarspüler, ob ich den weiterhin brauche, mal gucken. Also wenn der dann leer ist, schaue ich einfach mal. Aber die finde ich ganz gut. Die kosten 2,85 Euro, glaube ich. Ja, 2,85 Euro für 30 Tabs. Und da ist so eine Folietung rum, die sich auch im Wasser auflöst. Theoretisch braucht man eben kein Salz oder Klarspüler, aber ja, ich mache das trotzdem immer noch mit dazu. Hier steht auch nochmal hinten drauf, bei hartem Wasser sollte man dann doch nochmal das Salz dazu benutzen. Und wie gesagt, das mache ich auch im Moment, weil sonst gibt es nämlich Kalkflecken. So gibt es keine und die Maschine wird geschont. Dann habe ich wieder mitgenommen auf normales Salz, mehr Salz. Ich bin ja am überlegen, ob ich mir so Himalaya-Salzbrocken holen soll. Aber da unser Salz fast leer war, habe ich gesagt, komm, jetzt nehme ich nochmal die 500 Gramm mit. Die kostet 75 Cent ohne Jod. Ich vertrage Jod nämlich sehr, sehr schlecht. Auch in der Schwangerschaft, ich vertrage es einfach nicht sehr gut. Da muss man wirklich gucken mit dem Baby. Das ist nicht so einfach. Was gut funktioniert ist, wo ich Jod irgendwie ganz gut vertrage, ist, wenn ich mir Meeresalgen hole und da etwas mit kochendem Brühe oder sowas, vertrage ich das komischerweise besser als das angereicherte Meersalz. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber 75 Cent hat die Packung, wie gesagt, gekostet. Dann habe ich hier auch noch von Denk mit einen Weißspüler mitgenommen, nämlich den Ultrasensitive Weißspüler ohne Parfümfarbstoffkonservierungsstoffe. Wir haben hier, wie gesagt, sehr, sehr hartes Wasser. Ich benutze einen Entherter zum Waschen, also einen, der bei niedrigen Temperaturen auch funktioniert. Und dann habe ich nochmal einen extra für Stoffwindel, der bei 60 Grad funktioniert. Also Zeolit ist das. Aber bei bestimmten Kleidungsstücken merkt man einfach auch, wenn die dann nicht in trockener dürfen oder nicht draußen gehangen haben. Und selbst wenn sie draußen gehangen haben, ist es manchmal so, dass die noch wirklich so ein bisschen härter sind. Deswegen habe ich gedacht, ich vertrage keinen Weißspüler normalerweise, dass ich mal jetzt diesen hier mitnehme und schaue. Oder vielleicht Vertragchen, weil er ohne Parfümfarbstoffkonservierungsstoffe ist. Mal schauen, da bin ich sehr gespannt. Ich würde es jetzt persönlich nicht für die Baby- oder Kinderklamotten nehmen, aber für ein paar andere, die eben, wie gesagt, zum Beispiel nicht in trockener dürfen. Dafür ist es eigentlich ganz gut. Und was hat er gekostet? Der hat 1,45 Euro für einen Liter gekostet. Ich denke, damit kommt man auch ziemlich lange hin. Dann habe ich mir eine Packung Roggen-Erfolgbrot mitgenommen von Alnatura. Das finde ich eigentlich ganz gut für Notfall, also in Reserve zu haben. Im Moment habe ich zum Beispiel Knäckebrot da, was schon angefangen habe. Aber eigentlich mag ich lieber sowas haben. Und deswegen habe ich das wieder mitgenommen. Ich glaube auch irgendwie 95 Cent. Ja. Und wenn dann irgendwas sein sollte, wenn mal wirklich alle Stricke weisen, haben wir normalerweise immer noch das Brot da. Und davon kann man ja auch einmal zusammen essen oder vielleicht auch zwei, dreimal alleine. Und dann habe ich mir auch noch Aufstriche mitgenommen. Diesmal von Alnatura. Denn so wie der Aufstrich vegetarisch wie feiner Leberwurst. Der ist sogar vegan. Und den habe ich mir schon Ewigkeiten nicht mehr geholt. Deswegen habe ich einfach mal wieder Lust drauf. Hier ist ein bisschen mehr Hefe drin. Die letzten Aufstriche und die letzten Wochen habe ich fast nur Aufstriche ohne Hefe gehabt. Und jetzt hatte ich mal wieder Lust auf Hefe. Und hier ist nochmal eine Champignon-Pastete von Alnatura. Auch vegan. Und die schmeckt auch wirklich sehr, sehr lecker. Die mag ich auch gerne, um Soßen oder Dips anzumachen. Oder auch, wenn ich einfach nur ein paar Nudeln schenke in Öl. Dann kann man auch das dazugeben, um dem Ganzen noch so eine gewisse leckere, cremige Soße hinzuzufügen. Ohne wirklich viel Soße zu haben. Und halt auch noch diesen Champignon-Geschmack. Funktioniert auch mit den anderen Sorten sehr gut. Und die haben jeweils 1,65 Euro gekostet. Und dann habe ich auch noch was mitgenommen, was ich eigentlich nicht mitnehmen sollte. So. Make-up sammlungstechnisch wisst ihr ja. Ich habe meine Nagellacke aussortiert. Und ja. Über 200 Nagellacke gehabt. Und ich habe immer noch um die 140. Und ich konnte aber bei dem hier wirklich nicht widerstehen. Ich musste ihn haben. Das sagt man immer, oder? Ich habe von der Catrice LE, ich habe ein paar LEs heute gesehen, aber von der Lumination LE diesen Nagellack mitgenommen. Da waren ja vier Nagellacke. Und das ist die 1004 Holographic. Das ist ein Grauton, der aber so lila, orange, chanchiert, beziehungsweise auch pink und gold. Ich finde den total spannend. Also so einen Lack habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin zwar auch nicht der Grauträger, aber eben weil er so speziell ist, wollte ich ihn einfach ausprobieren. Und allein optisch macht er schon was her. Okay, ich zeige euch den gleich mal in der Nahaufnahme. Ich glaube 2,75 Euro kosten die Nagellacke oder sind die teurer geworden? Ich muss gerade mal schauen. Oh, okay. So viel zu 2,75 Euro. Also früher haben die 2,75 Euro gekostet. Der hat 3,45 Euro gekostet. Das hätte ich das vorher gesehen, hätte ich ihm vielleicht nicht mitgenommen. Also schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man den gut erkennen kann oder ob man eher meine trockenen Hände erkennen kann. So schaut der aus und der changiert halt wirklich extrem. Lichtverhältnisse sind natürlich jetzt voll optimal, aber ihr seht es so grob, dass die Kamera es überhaupt einfangen kann. Also ich muss wirklich sagen, ich finde ihn sehr, sehr schön und bin auch gespannt. Aber der Preis ist halt schon ganz schön hart. Aber ja, ihr wisst wie das ist mit Nagellacken. Man hat schon zu viel und man holt sich trotzdem nochmal ein. Ähm, ja. Machen wir lieber weiter mit Dingen, die ich auch zu viel habe. Ich habe auch vor kurzem meine Rouge und Highlighter-Sammlung aussortiert. Ich weiß nicht, ob die schon online sind, die Teile. Äh, oder zumindest schon mal der erste wenigstens online ist. Das weiß ich nicht. Das werde ich euch dann auf jeden Fall verlinken, wenn sie online sind. Ähm, ich habe mir natürlich auch noch zwei Produkte mitgenommen. Wie könnte das anders sein? Einmal den Highlighter und einmal das Rouge aus dieser, ähm, ähm, Limited Edition. Ich muss wirklich sagen, mir hat sie insgesamt wirklich gut gefallen. So von der Aufmachung her sehr, sehr schön. Hat mich an eine andere LE erinnert, die auch so Metallic und Rose Gold Töne nachverwendet haben. Von, äh, Catrice letztes Jahr oder sowas. Ähm, von der Metallure oder so. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ähm, die Aufmachung aber auch wieder sehr, sehr hübsch. Äh, wirklich gelungen. Und ich habe, äh, die Lippenstifte und so weiter auch alles geswatcht. Ich habe sogar den pinken Lippenstift mal auf dem Lippen gehabt. Wirklich eine ganz tolle, klasse Farbe. Aber ich habe so Lippenstifte definitiv schon. Und, äh, deswegen habe ich mir nicht mitgenommen. Und dann hatte ich noch so diesen holographischen, eher mehr so Pflege, äh, Lippenstift drauf. Da ich vor kurzem von Catrice ein Testpäckchen zugeschickt bekommen habe vom neuen Sortiment. Oh, ihr habt's satt gespannt. Ähm, da ist sowas ähnliches mit dabei. Habe ich mir das auch nicht mitgenommen. Was ich aber mitnehmen musste und da hat nun mal kein Weg dran vorbeigeführt, waren einfach diese beiden. Das war der letzte Highlighter. Und zwar ist das, äh, die 101 Luminous Light. Das ist ein wirklich sehr, sehr schöner gebackener Highlighter. Der kostet 4,95 Euro, glaube ich. Ja. Ist wirklich wunderschön. Ich komme gleich nochmal näher dran und zeige euch den. Und, ähm, hier sind 9 Gramm drin. Das heißt, ihr habt viel Produkt. Ihr könnt damit wirklich sehr schön Highlighten. Ähm, mir hat er einfach sehr, sehr gut gefallen. Das einzige, was ich jetzt an der Verpackung nicht mag, ist, dass sie so ein bisschen quietscht bei mir. Aber, ja. Ich zeige euch den gleich nochmal von nahem. Genauso wie der Rouge. Ähm, das ist auch nur eine Farbe gewesen. Also es gab noch einen Bronzer. Einen gebackenen. Den ich, äh, nicht wirklich brauche. Ich brauche keinen Bronzer. Ich habe einen einzigen Bronzer in meiner Sammlung. Dabei wird es auch hoffentlich bleiben. Äh, das, äh, Plush ist ein ganz normales Puderplush. Hier sind 4,5 Gramm drin. Was ich endlich mal auch gut finde. Weil, ich bin ganz ehrlich. Bei Highlightern, das ist so. Man nimmt auch wirklich mal ordentlich. Vor allem, wenn die nicht zu stark, äh, ähm, scheinen. Sondern, wenn das wirklich so eine ganz schöne, angenehme Sache ist. Wo man dann teilweise highlighten kann hier. Aber auch mal mit Dekolleté highlighten kann. Und dann nimmt man auch mal einen großen Pinsel. Bei Rouge ist es so, ich möchte eigentlich gar nicht so, äh, 10 Gramm Rouge haben oder sowas. Weil ich immer finde, ich brauche den da nie auf. Ja. Und bei 4,5 Gramm ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit größer. Deswegen möchte ich da mal etwas glücklicher mit. Und, ähm, ich habe den geswatcht. Da sind so ein paar Glitzerpartikel drin. Wirklich sehr feine. Und das ist eine total schöne Farbe. Gerade auch für helle Häutchen wie mich. Es ist nicht zu dunkel. Ähm, aber ich denke auch so mittlere Hauttonen wird damit sehr gut klarkommen. Allerdings glaube ich, dass jemand mit einem schönen dunklen Teint, der wird davon nicht viel haben. Ähm, hat der einen Namen? Gleich aber noch Paula Blushme. Hier unten steht es. 1001 Flushed Fiction. Sehr, sehr schöne Farbe. Contains Camille. Das heißt, der ist definitiv nicht vegan. Ja. Ist aber bei den meisten Rouges mit so rötlichem Anteil schwierig. Der hat, ähm, 3,95 Euro gekostet. Finde ich auch in Ordnung vom Preis her. Und jetzt zeige ich euch die beiden nochmal von nahem. Also das hier ist der Highlighter. Ich finde die Verpackung auch sehr schön. Und auch innen drin sieht er wirklich wunderschön aus. Ich finde, das ist wirklich ein gelungenes Produkt. Es ist nicht zu stark pigmentiert, aber wie ihr hier vielleicht sehen könnt, ich habe hier noch so Swatch-Reste von anderen Sachen, aber er scheint wirklich sehr, sehr schön. Also er ist nicht zu krass, sondern er gibt einen schönen Schein ab. Und er hat so einen Peach-Unterton, wie gesagt, drinnen. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Das hier ist dann das Rouge. Und das Muster hier außen auf der Verpackung, jetzt muss ich ihn auch noch aufkriegen, findet man auch wieder hier drinnen wieder. Also der ist so geprägt. Auch sehr, sehr hübsch. Und das ist eine tolle Farbe. Also die gefällt mir echt richtig, richtig gut. Vielleicht erkennt man das. Hier oben ist, wie gesagt, noch der Highlighter. Hier unten ist der Rouge. Oder das Rouge. Auf jeden Fall eine schöne Farbe. Ja, also Rouge und Highlighter, beides sehr, sehr schöne Produkte meiner Ansicht nach. Und ja, also ich finde, dass die beide so ein bisschen auch entsprechend der LE einfach so ein bisschen einen Schein drin haben. Das heißt, das Rouge ist jetzt nicht matt oder sowas, sondern es hat einen Satin-Finish zusätzlich mit so einem leichten Schimmer drin, was eben auch in dem Highlighter zu finden ist. Und wirklich zwei Produkte, die mir sehr, sehr gut gefallen. Der Nagelack hat mir natürlich auch sehr gefallen. Und das war jetzt mein DM-Call. Wir werden es nicht immer so machen, aber ich dachte mal, das ist was anderes. Und wenn ihr mich wieder nie dran haben wollt, dann sagt das auch. Ich wollte es einfach nur mal ausprobiert haben. Und ja, ich verlinke euch gerne noch ein paar andere Hots von mir in der Infobox, in der Infocard. Und dann sehen wir uns gerne bei einem anderen Video von mir wieder. Bis die Tage. Ciao.